Und wir hören den Predigtext aus 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Dort schreibt der Apostel, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, Hut auf euch. Amen. Diesen Monat berichtete Open Doors von Eskalation in der Demokratischen Republik Konjoko. Dort lebende Christen wurden brutal attackiert, sodass vom 4. bis zum 10. Juni 80 Christen getötet wurden. Verantwortlich für die Anschläge war die sogenannte ADF, die Allied Democratic Forces. Eine traurige Namensironie. Demokratisch in welchem Sinne, muss man fragen. Hinter dieser unscheinbaren Aufschrift verbirgt sich nämlich eine islamistische Gruppe, die sich zum IS bekannt haben soll. Zwar wird die Tat von der Regierung nicht gut geheißen, aber die Regierung scheint auch machtlos die weitere Anschläge zu verhindern. Open Doors zitiert Pastor Aristote, der eine Bitte an die Christen weltweit richtet nach dieser Krise. Es geht wirklich um Gebet. Um nichts als Gebet. Wir sind überzeugt, dass das Ziel der ADF darin besteht, alle Menschen zu Muslimen zu machen. Darum geschieht Verfolgung in diesem großen Ausmaß. Wir bitten alle Christen weiterhin für uns zu beten. Und das wollen wir tun in dem Sinne, dass wir auch da Anteil wirklich an den Leiden derjenigen nehmen. Und nicht nur in Kongo, auch in weiteren Ländern der Sub-Sahara nimmt die religiös motivierte Gewalt gegenüber Christen stetig zu. Auch weltweit steigt die Anzahl an Angriffen auf Kirchen auf ein hohes Maß nach Open Doors. Und wenn Sie einen Brief jetzt an Pastor Aristote schreiben würden, was wollten Sie ihm sagen? Mir fiele das eine oder andere ein, was gesagt werden könnte. Doch ich weiß, dass ich nicht auf die Idee gekommen wäre, das zu schreiben, was Petrus in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts verfasste, als er unseren Predigtext formulierte. Seine Zeilen richtete er nach 1. Petrus 1, Vers 1, und ich sage nur noch 1, Vers 1, wenn ich 1. Petrus meine, an Christen in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bethynien. Im Grunde ist es also ein Rundschreiben, der in vielen Gebieten, in einem großen Gebiet Kleinasien, zweitgestreut wurde, also der heutigen Türkei. Denn von Anfang an war die Gemeinde eine bedrängte Gemeinde. Unser Herr, Jesus Christus, wurde geschmäht, hat gelitten und wurde getötet. Die Apostel, wir hatten es von Paulus in der Lesung gehört, wurden geschmäht, haben gelitten und wurden getötet. Und auch die frühe Gemeinde hat bis ins dritte Jahrhundert hinein unter verschiedenen Verfolgungswellen und Alltagsanfechten zu leiden gehabt. Und nicht immer, und vor allem in der Frühe waren sie nicht von Staatswegen häufig organisiert. Mussten es gar nicht, weil der christliche Glaube so verpönt war. Und so wundert es einen nicht, dass Petrus schon in Vers 6 seines Buches, seines Briefes, im ersten Kapitel, von der Möglichkeit schreibt, dass die Geschwister mancherlei Verfolgung erleiden müssten. In unserem heutigen Predigtext gibt Petrus daher ganz spezifische Anweisungen, wie die Gemeinde ihre Leiden zu interpretieren hat. Diesem Text könnten wir die Frage vorausstellen, die gleichzeitig der Titel unserer heutigen Predigt ist. Was hast du erwartet? Diese Frage ist nicht vorwurfsvoll, sondern prüfend gemeint. Sie will nicht vorführen, sondern korrigieren und vorbereiten. Sie will uns ganz nüchtern und realistisch aufzeigen, was für Konsequenzen es hat, wenn wir uns ernsthaft Christen nennen wollen. Christ ist kein Titel, den man unbedacht und unüberlegt annehmen sollte. Was hast du erwartet? Und ich denke nicht, dass das jemand, ich auf jeden Fall nicht, Pastor Aristote schreiben würde. Und doch springt diese Frage so deutlich in unserem Text mit. Und weil dieser Brief an Christen gerichtet ist, ist er genauso an uns gerichtet. Er zeigt uns klar, was wir auch als Christen zu erwarten haben und mit welcher Einstellung wir an Leid, das uns für Jesus widerfährt, was für eine Haltung und Einstellung wir einnehmen sollen. Was Petrus zu sagen hat, gilt also auch uns. Deshalb wollen wir genau zuhören, was der Apostel Petrus der Gemeinde zu sagen hat. Geliebte, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freund. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Und großer Gott, wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt Konzentration schenkst bei der Predigt, dass wir dein Wort hören und du uns veränderst und auf all das uns vorbereitest, was du für uns vorgesehen hast. Amen. Bevor Petrus seine Anweisung vorträgt, wendet er sich noch einmal fürsorglich seinen Lesern zu, seinen christlichen Lesern und nennt sie Geliebte. Und das meint einerseits, dass die Empfänger Petri-Geliebte sind. Diese Liebe gegenüber den Geschwistern ist uns ja aus dem ersten Johannesbrief wohl vertraut. Wenn wir wenige Verse in unserem Kapitel zurückblicken, nach vorne schauen, dann sehen wir in Vers 8, dass Petrus die Gemeinde auffordert, vor allem aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Und mit diesem Brief geht er mit gutem Beispiel voran. Was für eine Ermutigung kann es für Christen sein und was muss es für sie gewesen sein, wenn sie sich dessen bewusst sind, dass sie in einer Gemeinschaft mit anderen Christen zusammenstehen, die das gleiche Ziel haben, nämlich Jesus zu ehren und füreinander zu beten. Und das geht sicherlich umso mehr, wenn wir verfolgt werden und schwere Prüfungen zu erdulden haben. Gleichzeitig will Petrus erneut in Erinnerung rufen, dass trotz aller widrigen Umstände die Angeschriebenen Gottes Geliebte sind. Er schreibt in 2 Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt und damit Gottes geliebtes Volk seid. Also das habe ich jetzt hinzugefügt. Es war ihm sehr wichtig, diese Tatsache noch einmal deutlich hervorzuheben und an den Anfang zu stellen, bevor es ans Eingemachte geht. So schreibt er dann fort in Vers 12 unseres Textes, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Petrus verknüpft die Leiden der Gemeinde bildlich mit Feuersglut. So nutzt Petrus auch die Leiden im ersten Kapitel seines Briefes in Vers 6. Daran jubelt ihr, die ihr einst eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Und dann fügt er in Vers 7 noch hinzu, dass es euch zur Bewährung geschieht, dass euer Glaube wertvoller als Gold durch das Feuer ist. Also dieser Brand, der da ausgelöst ist, hat ein Ziel nach Petrus. Warum es genau brennt in der Gemeinde, benennt Petrus nicht. Es mögen körperliche Leiden gewesen sein, dass die Empfänger in den Gemeinden geschlagen oder gefoltert wurden. Es können aber auch seelische Gemeind sein. Wie zum Beispiel, wenn wir lesen in 1. Petrus 2, 18-20, wenn er den Haus Sklaven schreibt, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt die Sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, ist das Gnade bei Gott. Und direkt darauf eröffnet dann Petrus die Leiden Christi und stellt sie nochmal dar. Denn hierzu seid ihr berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Petrus geht es also recht allgemein um das Leiden, das unrechte Leiden für Gutes tun als Christ. Und in diesem Sinne meine ich jetzt auch Leid im weiteren Verlauf der Predigt. Wenn ich also über Leid spreche, müssen wir das mitdenken, das unrechte Leiden für Gutes tun als Christ. Und das wiederum schließt natürlich auch Verfolgung und Martyrium im engeren Sinne ein. Aber Petrus spricht ja in seinem Brief in 1, Vers 6 von vielgestaltigen Prüfungen. Und so denke ich, dass es in diesem allgemeinen Sinne auch hier gemeint ist. Petrus war sich bewusst, dass der christliche Glaube die Wahrheit, ja, dass Jesus selbst für Spannung sorgt. Was aber Petrus besonders betont, ist der Zweck, der Nutzen der Verfolgung, auch wenn er die genauen Verfolgungsformen offen lässt. Er benenkt direkt, warum es brennt unter den Christen. Es soll zur Prüfung dienen. Dass das Feuer diesem Zweck dient, hatte er ja schon, das hatten wir gesehen, im ersten Kapitel angesprochen. Damit euer Glauben bewährt würde, in Vers 7, und kostbarer befunden wird als vergängliches Gold. Dass durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. In dem Sinne ist das Feuer des Leidens, das uns zur Prüfung geschieht, ein reinigendes, ein läuterendes Leiden. Und in der Bibel wird immer wieder auf genau diese Wirkung des Feuers verwiesen. Und das greift Petrus hier auf. Und dann müssen wir fragen, freut sich Gott etwa an dem Leid seiner Heiligen? Nein. Gott lässt zu, dass seine Geliebten leiden, nicht um sie zu ärgern, sondern um sie zu verändern. Und über diese Veränderung freut sich Gott. Somit ist Leid eine einmalige Chance zur Bewährung des Glaubens. Und dabei ist nochmal wichtig zu betonen, uns als Trost, wenn wir auch die weiteren Worte hören, dass Gott immer nur unter kontrollierten Bedingungen versucht. Und immer unter der Bedingung, dass wir es wirklich tragen können. Wir sind eben Gottes Geliebte und er achtet auf die Sein. Denn es gilt 1. Korinther 10, Vers 31, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Über das Nicht-Wundern hatte Petrus schon einmal im vierten Kapitel gesprochen. Menschen, die Christen geworden sind, darum ging es in dem Kontext, ändern sich. Sie können nicht mehr so leben, wie sie es vorher getan haben. Und das ist, das gesteht Petrus zu, zu Recht verwunderlich, befremdlich für Heiden. Und Heiden hier im Sinne von Nicht-Christen. Und dann lesen wir ab Vers 3. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Denn hierbei befremdet es sie, also die Heiden, dass sie nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heilosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Während sich Ungläubige also über unser Verhalten wundern, sollen wir uns nicht darüber wundern, wie sie auf unser Verhalten reagieren. Warum legt uns Gott also diese leidvolle Prüfung auf? Nicht, weil er uns vergessen hat. Nicht, weil er Freude daran hat. Sondern, weil er uns verändern will. Und weil es eine natürliche Reaktion auch letztlich der Heiden auf unser Verhalten ist. Und deswegen soll es uns nicht wundern, wenn unser Leben Anstoß bewirkt in der Welt. Wenn wir uns aber zu Herzen nehmen, das, was hier Petrus sagt, dann erkennen wir auch, dass es nichts Fremdes ist. Das ist dann noch der Zusatz, dass es etwas ist, was uns schon lange bekannt ist. Dass uns Leiden widerfahren sollten, sollte für uns normal sein. Wir sollten es erwarten können. Warum? In 1. Johannes 3, Vers 13 sagt es Johannes, klar, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Und dann haben wir auch von Paulus gehört in 2. Timotheus 3, 12, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus, verfolgt werden müssen. Und Jesus nennt die Begründung in Johannes 15, Vers 18, Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Mit Welt sind hier auch wieder nicht Christen gemeint. Alle Menschen, die Jesus also nicht lieben, ihm nicht gehorchen und ihm nicht nachfolgen wollen. Und das heißt nicht, dass sich das auch wieder, diese Nichtliebe, dieser Hass, in der gleichen Weise bei allen immer zeigt. Aber die Grundhaltung wird bei allen die gleiche sein. Denn Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das heißt, wer es nicht tut, hasst ihn. Und da kennt die Bibel nur schwarz und weiß. Echtes Christsein wird, wie Christus es war, verhasst sein. Jesus sagt, dass jedem deutlich, der ihm nachfolgen will, In Markus 8, Vers 34, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wenn wir also Christen geworden sind und werden wollen, wissen wir ganz genau, worauf wir uns einlassen. Und das ist doch das Schöne an unserem Herrn. Er macht uns nichts vor. Da gibt es nichts Kleingedrucktes, nichts Unverständliches. Leiden gehört zur Stellenbeschreibung eines Christen. Das wissen wir spätestens jetzt, nachdem wir auf die Stellenbeschreibung reagiert haben. Und aus dem eben Gesagten ergibt sich ganz natürlich, dass Verfolgung für den Christen etwas Wesensgemäßes ist, über das wir uns nicht wundern sollen. Denn es geschieht uns nichts Fremdes. Und deshalb darf es uns auch im 21. Jahrhundert nicht wundern, wenn uns die Welt hasst, weil sie immer noch Jesus hasst, weil sie immer noch seine Botschaft hasst. Die Welt ist genauso wie im 1. Jahrhundert. Sie liebt, was Gott verbietet. Wenn ein Mensch das tut, was Gott verbietet, dann ist das nach der Bibel Sünde. Und wenn Jesus in unserer Zeit leben würde und unsere Zeitgenossen so direkt, würde er sie so direkt, wie er es auch damals getan hat, auf ihre Sündhaftigkeit ansprechen. Genauso wie er es auf unsere tun. Wir können uns darauf mit einbeziehen. Jesus würde direkt unsere Sündhaftigkeit, unser Heuchlertum und unsere Arroganz konfrontieren. Genauso wie es im 1. Jahrhundert mit ihm getan wurde. Und ich denke, dass wenn Jesus auch wieder in unsere Zeit käme, wieder als Knecht, wie er es im 1. Jahrhundert getan hat, wir würden das Gleiche mit ihm tun, was im 1. Jahrhundert mit ihm getan wurde. Was Jesus lehrt, trifft aber darüber hinaus ja nicht nur unseren Glauben, sondern auch unsere Moral. Wir müssen daher erwarten, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen und ihm nicht gehorchen wollen, auch natürlich sein Geboten nicht gehorchen wollen. Vielleicht dich meiden und dir gegebenenfalls auch das Leben schwer machen, soweit sie erfahren, was du wirklich glaubst. Ein ganz einfaches Beispiel. Sagt ganz offen in der Uni oder in der Schule, dass Abtreibung Mord ist, wie es ein Medizinstudent in Rumänien getan hat, worauf ein Kommilitone seine Abtreibung forderte. Oder, sag mal, in der Uni oder in der Schule oder sonst wo, dass Homosexualität Sünde ist und damit falsch. Oder dass, jetzt kommen wir wieder zurück auf allgemeinere Glaubensthemen, dass alle Religionen falsch liegen, außer der bibelgemäße Glaube an Christus und dass alle in die Hölle gehen, die das nicht glauben. Was können wir also erwarten, wenn wir das tun? Ablehnung. Und deshalb sollen wir Leid erwarten. Das ist unser erster Punkt. Erwarte Leid. Und vielleicht kommt es uns daher so vor, dass wir manchmal nicht so unter Druck stehen, weil wir sehr gut darin geworden sind, unsere Mitmenschen zu schonen vor ihrer Sündlösigkeit und uns sehr gern wegducken, wenn Jesus uns die Chance, klar sein Evangelium zu verkündigen, auf dem selber Tablett serviert. Und ich muss ganz klar sagen, dass dieser Text mich so darin konfrontiert hat, wie häufig ich da auch mich weggeduckt habe und ich guter Hoffnung bin, und Gott bitte, dass er genau das nicht geschehen lässt in Zukunft. Und aufgrund unseres Gesagtenes ist auch vorhersehbar, wovon ich jetzt kurz berichten möchte. Kurzlich durfte ich von zwei Jungen erfahren, die in Berlin in einen Konflikt auf dem Schulhof gerieten, mit Oberstufenschülern. Sie sind selbst nicht Oberstufenschüler. Die beiden appellierten für die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen und setzten sich für die biblische Schöpfungsordnung ein. Dafür wurden sie von besagten Oberstufenschülern, die sich selbst teilweise auch als nicht-binär bezeichnet haben sollen, derbe, diffamiert und beleidigt. Damit aber nicht genug. Kurz darauf wurden sie vor die Schulleitung zitiert und durften sich für ihr Fehlverhalten rechtfertigen, während auf das Fehlverhalten der Oberstufenschüler keine Konsequenzen folgte. Das mag möglicherweise noch ein Einzelfall sein. Doch es ist absehbar, dass sich derartige Ereignisse häufen werden. Denn dieses Jahr wurde das Selbstbestimmungsgesetz vom Deutschen Bundestag verabschiedet, was noch Ende des Jahres in Kraft treten wird. Einmal jährlich darf man dann seinen Geschlechtseintrag oder seinen Vornamen per Selbsterklärung beim Standesamt ändern. Und ab diesem Zeitpunkt kann jeder mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro belegt werden, wer den früheren Geschlechtseintrag oder einen Vornamen offenbart und dadurch die betroffene Person absichtlich schädigt. Das sogenannte Offenbarungsverbot. Und was damit genau heißt, dass man das offenbart, das lässt sich nur erahnen, aber was sicher enthalten ist, ist, dass eine unerwünschte Ansprache mit einem vorherigen Vornamen im Beisalm von solchen, die diese noch nicht kannten, darunter fällt. Wer also erkennt, dass er eine biologische Frau vor sich hat, die aber statt mit Andrea nun neuerdings mit Andreas angesprochen werden möchte, hat die Wahl zwischen einem möglichen Bußgeld, wird die Wahl haben oder einstimmen in die gefühlte Lebenswirklichkeit, den man vor sich hat. Und das steht im schroffen Kontrast zur biologischen Realität. Gott weist das Geschlecht zu und der Mensch sucht es sich nicht aus. Was soll nun der Christ tun, der überzeugt davon ist, dass Gott das Geschlecht zuweist? Soll er den Menschen in einer Scheinwelt unterstützen, die er vom biblischen Weltbild zwingend ablehnen muss und sogar als schädigend ansieht? Und da muss man ganz klar sagen, dass man sehr gut vorhersehen kann, dass auch nach den vergangenen Jahren schnell wieder gewisse Meinungen in ein verächtliches Licht gerückt werden könnten. Und ja, warum sollte es nicht bald wieder so sein? Und deswegen müssen wir jetzt schon Leid erwarten. Und deshalb brauchen wir diesen Text, weil er uns genau darauf vorbereitet und zeigt, was wir im Leben mit Jesus erwarten haben und was wir auch an Hoffnung, was wir gleich noch sehen können, aus diesem Text schöpfen können. Und damit fahren wir gleich fort. Nachdem wir nämlich gehört haben, dass wir uns nicht wundern sollen, erklärt uns Petrus in Vers 13, sondern freut euch. Und das mag einem auf den ersten Blick ja noch befremdlicher erscheinen als schon der erste Punkt. Statt uns nicht zu wundern, sollen wir uns sogar über den Brand unter uns freuen? Durchaus. Erwarte nicht nur Leid, befiehlt uns Petrus. Das war der erste Punkt. Sondern zweiter Punkt, erwarte Freude im Leid. Und in Vers 13 erklärt er uns genau warum. Freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig werdet. Was ist mit den Leiden des Christus gemeint? Petrus kam mehrfach in seinem Brief auf Christi Leidensweg zu sprechen und hat ihn dann in 1. Petrus 2, 20 bis 24 zusammengefasst, den ich in Auszügen nochmal lesen möchte. Er leitet es ein mit den Worten, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, dass auch Christus gelitten hat und euch ein Beispiel hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Wichtig in diesem Zusammenhang ist eben dieser Gedanke, dass Christus uns ein Beispiel hinterlassen hat, dem wir nachfolgen sollen. Und wieder sind uns die Apostel ein glänzendes Vorbild, wie das auszusehen hat, wenn wir freudig dem Leibenden in Christus nachfolgen. Wir alle kennen den Text aus Apostelgeschichte 45 bis 41 und als die Apostel vor dem Hohen Rat geführt wurden und sich rechtfertigen mussten für ihre Botschaft, dann lesen wir ab 40 und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Mit den gleichen Worten spricht Jakobus wie Petrus davon in Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. In Römer 5, Vers 3 spricht Paulus sogar davon, dass wir uns unserer Bedrängnisse rühmen sollen und nach Philippa 1, Vers 29 ist es ein Geschenk, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Freuen wir uns nicht alle über Geschenke? Erst recht, wenn es ein Geschenk Gottes ist? Denn dann scheint es ein wertvolles Geschenk zu sein, ein Geschenk, das wir wirklich brauchen. Und das sollte uns über unsere Einstellung zum Leiden zu denken geben. Denn die Apostel zeigen, dass Leiden mit und wie Christus ein essentieller Bestandteil echten Christseins ist und wir uns darüber tatsächlich freuen können. Wenn wir also Formulierungen nutzen wie Gemeinschaft mit Jesus, lasst uns in die Fußstapfen Jesu treten, dann meinen wir das häufig im Zusammenhang der Sündlosigkeit Jesu. Also in der Gemeinschaft mit seiner Sündlosigkeit, der Gemeinschaft mit seiner Verherrlichung. Und das ist auch alles richtig. Und das kommt, muss man uns auch sagen, auch sehr gut gelegen, dass wir meistens nur das meinen. Doch wie Jesu Leben ans Kreuz führte, so führt auch unser Leben ans Kreuz, wenn wir in seine Fußstapfen treten. Bist du dir dessen auch bewusst, wie ähnlich du Christus sein kannst, wenn du unschuldig leidest? Er ist uns auf dem Weg zur Verherrlichung vorausgegangen. Dafür musste er sich aber ans Kreuz nageln lassen und in tiefes Leid und Trauer sich stürzen lassen. Bist du bereit, ihm auch dahin nachzufolgen? Und dabei muss ich noch einmal anwenden, dass zwar gilt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus, müssen verfolgt werden, das heißt aber nicht zwingend, dass alle im gleichen Maße Gemeinschaft an den Leiden des Christus haben müssen. Nicht jeder Leidensweg, Jesus hinterher, führt in den Märtyrer-Tod. Und doch sollen wir alle bereit sein, noch mehr an Christi Leiden teilzunehmen und wenn Gott es für richtig befindet. Oder wie Petrus es in seinem Petrusbrief sagt, es will und es als Gnade erachtet, uns leiden zu lassen, dass wir das dann gerne tun wollen. Und so können wir uns aus einem weiteren Grund freuen. Ein Christ, der soll ja Gott lieben und Sünde hassen. Was will also der Christ mehr als alles andere Gott lieben und frei von Sünde werden? Aber wir wissen alle, dass das im Alltag nicht so leicht funktioniert und dass das wirklich erst nach dem Tod verwirklicht wird. Doch was kann uns frei helfen? Was kann uns helfen, freier von Sünde zu werden? Leid. Und was sollen wir als Christen wie gesagt alles mehr alle nochmal, was wollen wir als Christen mehr als alles andere nicht tun, sündigen? Und was schreibt Petrus wieder kurz vor unseren Versen ab Vers 1 im vierten Kapitel? Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Das heißt natürlich nicht, dass wir sündlos sind, aber dass es uns auf jeden Fall hilft, davon freier zu werden. Und dem Gesagten fügt jetzt in unserem Vers Petrus einen Nebensatz hinzu, der das Ziel unseres Freuens nochmal näher angibt, den Zweck und richtet damit unseren Blick auf die Zukunft, damit ihr euch auch in der Offenbarung der Herrlichkeit, seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Christus ist natürlich schon verherrlicht, aber wir nehmen seine Verherrlichung eben im Alltag doch noch nicht so häufig wahr. Wenn sie aber offenbar werden wird, dann werden sich die freuen, die wirklich am Leiden Jesu teilgenommen haben. Sie werden sich jubelnd freuen. Die Freude wird gewaltig sein. Davon können wir in Offenbarung ab 5 lesen, immer wieder. In Jakobus 1, Vers 12 schreibt Jakobus deshalb glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Es gibt keine Krone ohne Kreuz. Das sagt uns dieser Text, das sagt uns Jakobus. Doch wenn wir für Jesus gelitten haben, dann können wir uns darüber freuen, dann werden wir es wirklich, wenn er wieder da ist. wenn er seine Herrlichkeit offenbart. Wenn er, wie in Offenbarung 5, das Buch des Lebens in die Hand nimmt und sagt, jetzt erobere ich die Welt zurück. Und das darf für uns ein gewaltiger Trost sein. Das Petrus verdeutlicht in seinem Brief, was er auch am Ende nochmal uns so deutlich ans Herz legen will. Am Ende seines Briefes, Abvers 10. Der Gott aller Gnade, was für ein schöner Titel. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Doch wir müssen feststellen, dass unsere Verse hier, unser Nebensatz in Vers 13, einen ernüchternden Umkehrschluss beinhaltet. Wenn wir für das Gute gleich wie Jesus leiden dürfen und uns nicht darüber freuen, sondern uns vielleicht dafür sogar schämen, was wir glauben müssen, von der Bibel her. Wenn wir uns dafür schämen, für das Leid, für das wir bestimmt sind, dann werden wir uns nicht freuen, wenn Jesus wieder erscheint. Auch das sagte Jesus seinen Jüngern klipp und klar, nachdem er sie darauf verwies, dass sie für ihn zu leiden haben. In Markus 8, 36, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und ja, vielleicht hast du genau davor Angst. Vielleicht sagst du dir, okay, ich bin nicht bereit dazu. Und genau das ist der Punkt unseres Textes, dass wir uns hilfesuchend an Jesus klammern können, denn er ist doch der Gott der Gnade, wie wir in 5, 10 gelesen haben. 5 Vers 10. Wir können dafür beten, dass wir bereit werden und dass wir uns immer vor Augen stehen lassen, Jesus hat gelitten und wir können ihm durch Leid ähnlicher werden und ihn dankbar verherrlichen. Und ein gutes und ermutigendes Beispiel ist Petrus selber. Wir wissen alle, was Petrus getan hat. Er hat Jesus in leichten Anfechtungen dreimal verleugnet und ihn stehen lassen. Doch er tat Buße und dann betete er sicherlich, wie er es dann auch mit den Geschwistern in Apostelgeschichte 4 ab 29 tat. Und nun her, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und was geschah nach ihrem Gebet? Was Gott immer tut, wenn wir beten? er erhört Gebet. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und dann, was geschah? Wir hatten es gelesen in Apostelgeschichte 5. sie litten und sie litten und sie und sie freuten und sie freuten Petrus durfte sich freuen. Und viele Jahre später schreibt er diesen Brief. Und was passiert kurze Zeit nach diesem Brief? Auch Petrus wird tatsächlich gekreuzigt in Rom, genauso wie sein Herr. Nur, dass er nicht genauso wie Jesus gekreuzigt werden wollte, sondern auf dem Kopf stehen wollte nach der Überlieferung. Für jeden, der Jesus wirklich ernsthaft liebt und ihm gehorsam und treu nachfolgen will, ist Petrus Trost und Vorbild. Werde wie Petrus. Bete und folge Jesus bedingungslos nach, wohin auch immer er dich irgendwann führen mag. Und der wesentliche Schritt ist, zu erkennen, dass wir es von uns und alleine nicht können, sondern dass wir Jesus, dass wir unseren lieben und guten Herrn dafür brauchen. Natürlich ist es niemandem in die Wiege gelegt, sich über Verfolgung zu freuen. Aber was Gott von uns fordert, und wir in diesem Text gesehen haben, ist eine prinzipielle Leidensbereitschaft. Wenn Gott möchte, dass wir leiden, wenn Gott es für notwendig erachtet, dass wir leiden, dann kann es sein, dass wir uns kreuz gehen, ja. Und vielleicht kann es auch sein, dass es, das war jetzt schon die absolute Steigung, aber das ist schwerer wird, einfach prinzipiell. Sind wir dafür bereit? Neben dieser zukünftigen Ermutigung, die Petrus in unserem Vers 13 uns gibt, will er uns aber noch ein weiteres an die Hand geben, nämlich eine gegenwärtige Sicherheit. Er sichert uns jetzt im folgenden Vers, in Vers 14, Gottes Beistand im Leid im Leid zu. Und das ist unser letzter Punkt für heute, nachdem wir gelernt haben, Petrus uns gesagt hat, ihr sollt Leid erwarten, erwarte Leid. Dann im zweiten gesehen haben, in Vers 13, dass wir Freude im Leid erwarten sollen. Erwarte Freude im Leid, werden wir jetzt sehen, im dritten und letzten Punkt für heute, erwarte Gottes Trost im Leid. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Das ist die erste Aussage und der Punkt wird noch deutlicher, wenn wir auch wieder den folgenden Nebensatz lesen. In diesem Vers erfahren wir zuerst einmal etwas nicht, nämlich was wir tun sollen, sondern etwas, was wir schon sein können. Wir können wirklich glückselig sein, wenn wir im Namen Jesu geschmäht werden. Dabei ist zentral, dass der Name Christus heißt, dass es der Messias ist, dass der Name nicht einfach nur ein leerer Name ist, sondern ein Name mit einer Botschaft, ein Ehrentitel mit Konsequenzen. Denn der Name steht natürlich nicht nur für die Person, nicht nur leer, also es ist nicht einfach nur ein Name, es steht der Gott dahinter, es steht seine Botschaft dahinter und ziehen wir uns diesen Namen an, dann wie gesagt müssen wir damit rechnen zu leiden. Und wir sollten uns dann fortunlichst hüten, unüberlegt den Namen Christ uns anzuziehen. Denn wenn wir diesen Namen aufnehmen, nehmen wir eigentlich auch damit direkt das Kreuz auf uns. Und in diesem Sinne, dass wir den Namen Christi tragen, sind wir tatsächlich alle Namenschristen. Aber ihr wisst, dass dieses Wort eigentlich in einem anderen Sinne verwendet wird, für Menschen, die sagen, sie seien Christen, es aber überhaupt nicht in der Praxis so ausleben. Und wir es an keinerlei Werken, an keinerlei Früchten erkennen können. Denn es ist ganz klar, dass bloß, weil man sich Christ nennt, das sagt die Bibel, noch lange nicht man Christ ist. dazu gehört ja der Glaube an das wahre Evangelium. Die richtige Lehre, dass Jesus aus Gnade uns erlöst haben musste für unsere Sünde, für unsere Schuld, damit Gott uns nicht ewig in die Hölle werfen muss. Und das hat praktische Konsequenzen auf unser Leben. Man sollte diesen Namen nicht leichtfertig anziehen. Es ist ein Ehrentitel mit Konsequenzen, auf die Verfolgung und Schmähung folgen können. Wenn genau das passiert, wenn wir unschuldig für Gutes tun leiden als Christ, dann sind wir glückselig. Und es klingt hier deutlich durch, wie Petrus vielleicht noch diese Predigt von Jesus selbst auf dem Berg im Ohr hatte, als er sagt in Matthäus 5, ab Vers 10, glückselig, die um Gerechtigkeit Willen verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinet Willen. Freut euch und jubelt, unser zweiter Punkt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Doch warum sollen wir nun glücklich sein, wenn wir für den Namen Christi geschmäht werden? Liegt es daran, dass wir uns dann einfach glückselig fühlen, dass wir uns wohlfühlen bei Jesus? Nein, es liegt daran, dass da eine objektive Realität hinter steht. Und das folgt dann in Vers 14, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Dieser Vers ist Seligpreisung, wie wir gesehen haben, aber auch eine Verheißung. Wenn wir für den Namen gelästert werden, dann ruht der Geist Gottes auf uns. Hier ist der Heilige Geist gemeint. Und im Griechischen ist das eine wirklich notwendige Bedingung. Wenn wir für den Namen leiden, dann wird der Geist Gottes auf uns ruhen. Wir können nicht für den Namen leiden und ruht nicht auf uns. Das geht nicht. Und damit sind wir wieder in einem ganz zentralen Aspekt Jesus gleich. Denn was erfahren wir im Alten Testament über den Zweig, der aus dem Stumpf Isais hervorgeht, über den Messias, über Jesus in Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist Erkenntnis und Furcht des Herrn. Wenn wir leiden wie Christus, wird also genauso der Geist auf uns ruhen, wie auf Christus. Der Geist, der uns auch Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis, Gottesfurcht geben kann, weil er all das verkörpert. Er wird uns sagen können, was wir sagen sollen, wenn wir irgendwann uns rechtfertigen müssen für unseren Glauben vor Gerichten. Er wird uns in der dunkelsten Zelle die Kraft geben, an Jesus festzuhalten und uns Ruhe geben, weil er auf uns ruht. Man kann sagen, wer als Christ für Christus leidet, ist immer in der besten Gesellschaft. Das heißt nämlich, Gott ist mit uns in der trübsten Lage, damit auch sein Beistand, sein Rat sei Trost. Als Christen sind wir niemals allein und das kann uns wirklich Ruhe und damit müssen wir einen unbegreiflichen Unterschied zu Christi Leidens Weg feststellen, den wir nie teilen werden, Jesu Trennung von Gott. Wenn wir in einer dunklen Zelle sitzen, wenn wir gefoltert, gehängt, erschossen oder sonstiges werden, werden wir niemals rufen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und somit können wir dann getrost sein und wissen nach Hebräer 13, 5 bis 6, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Und zum Schluss müssen wir noch etwas verstehen. Gibt es irgendeine Alternative zu diesen drei Punkten, die wir erwarten sollen? Können wir Christen sein, die nicht gewiss Leid ertragen müssen? Ja, wenn wir nicht Christen sind. Und dies sagt Petrus auch ein paar Verse vor unserem Text. Hierbei, das hatten wir schon gehört, befremdet es sie, die Heiden, dass ihr nicht mehr mitlauft in dem selben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechtschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Petrus gibt uns hier die klare Situation, stellt sie uns vor Augen, dass wir alle, wir Menschen einem Richter gegenüber stehen. Und Petrus beantwortet auch rhetorisch den Ausgang dieses Gerichts für die Nichtchristen. Ab Vers 17, darüber können wir heute nicht predigen, das würde auch noch viel Erklärung bedürfen, aber die Grundaussage des Gerichts ist sehr klar, Ab Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes, also bei den Christen. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte in Not, mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen und der Bibel ist sehr deutlich, wo der Gottlose und Sünder erscheinen wird, in der Hölle, im ewig anhaltenden qualvollen Gericht des gerechten Gottes. Und nur wenn du Gnade und Vergebung deiner Sünden bei Jesus suchst, kannst du diesem sicheren M-Punkt deiner Lebensreise entkommen. Es ist unser aller Lebensziel ohne Jesus. Im Grunde hast du also zwei Entweder du leidest jetzt eine kleine Zeit für Gutes tun oder du wirst in Ewigkeit für Schlechtes tun vom gerechten Richter als Mörder oder Dieb oder Übeltäter und was Petrus noch in Vers 15 aufzählt bestraft werden. Denn das sind wir alle ausnahmslos nach Gottes Wort. Ja, das ist eine harte Rede, mit der uns die Bibel, mit der Petrus uns hier konfrontiert. Und als in Johannes 6 viele Jünger, die Jesus bis dahin nachgefolgt waren, Jesu Rede wahrnahmen und viele gingen, stellte er auch seinen Jüngern die Frage, wollt ihr ihnen auch nachgehen? Wollt ihr etwa auch weggehen? Willst du auch weggehen oder willst du treu deinem Herrn Leid folgen? Und tatsächlich sagt das Jesus ganz klar, wir können uns jederzeit dazu entscheiden zu gehen, wenn wir nicht bereit sind, dazu zu leiden und die Konsequenzen zu tragen. Oder anders gesagt, wenn wir nicht bereit sind, leiden, aber dann müssen wir auch die Konsequenzen in der Ewigkeit tragen. Aber wie wir gesehen haben, Jesus ist ein Gott der Gnade und er vergibt gern und gibt jeden, der ernsthaft zu ihm kommt, die Möglichkeit, diese kurzzeitigen Leiden durchzustehen. Was erwartest du also von Gott? Wir hatten am Anfang der Predigt über Pastor als Tote gesprochen. Ich denke, Petrus würde ihm schreiben, etwas ähnliches, was er hier auch geschrieben hat, dass er erstens Leid zu erwarten hat, dass er Leid erwarten darf und muss, dass Gott ihm aber auch im Leid Freude schenken wird. Das war unser zweiter Punkt und im dritten bis zum Ende beistehen wird. Das ist die Zuversicht, mit der er froh und frei auf alle Prüfung blicken darf und wir mit ihm, auch wenn es uns irgendwann ähnlich gehen wird, vielleicht, wenn Gott es will, wie im Kongo. Und diese Erwartung befreit uns von aller Furcht vor Menschen und dem Wunsch, von allen gemocht zu werden. Und ja, niemanden durch das Evangelium vor den Kopf zu stoßen. Und zuletzt befreit es uns vor der Illusion, die so trügerisch ist und so gerne aus so vielen Mündern verkündet wird heutzutage, dass wir als Christen ein bequemes Leben führen können, dass wir eine Krone ohne Kreuz haben können. Aber wenn du an Wohlstand kommen willst, wenn du ein gutes Leben führen willst, dann hier auf dieser Erde, dann ist es einfacher ohne Jesus. 1. Petrus 4, Vers 19 Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Und genau darum hatte Stephanus darum gebeten, mit den Worten, nimm meinen Geist auf, als er im Steinhagel den Geist verließ. Oder als ihn der Geist verließ. Und Mendelssohn fügt in seinem Paulus Oratorium an genau diese Stelle folgendes Gebet an. Dir, Herr, dir will ich mich ergeben, dir, dessen Eigentum ich bin. Du nur allein, du bist mein Leben und sterben wird mir dann gewinnen. Ich lebe dir, ich sterbe dir, sei du nur mein, so genügt es mir. Amen. Großer Gott, danke für diesen Text. Und wir wollen dich bitten, dass du ihn uns allen ins Herz gehen lässt und unsere Erwartungen richtig stellst gemäß deinem Wort und uns bereit machst, für dich zu leiden und dass wir uns immer deinem Trost bewusst sein können, dass wir es mit Freude und mit deiner Hilfe tun dürfen. Danke, dass du so ein großer, guter Herr bist und dass wir uns über die kommende Herrlichkeit mit dir auch jetzt schon freuen dürfen. Amen.